In diesem Video geht es heute um den Kreisring, und zwar um den Flächeninhalt und um den Umfang des Kreisrings. Bevor wir mit dem Kreisring starten, möchte ich noch mal kurz die Bezeichnungen des Kreises wiederholen. Jeder Kreis hat einen Mittelpunkt m, einen Radius r und die Kreislinie k. Nun sehen wir uns an, was ein Kreisring ist. Ein Kreisring besteht im Prinzip aus zwei Kreisen. Diese beiden Kreise haben den gleichen Mittelpunkt, man spricht also von sogenannten konzentrischen Kreisen. Der äußere Kreis, der größere Kreis, hat den Radius r1, der kleine Kreis hat den Radius r2. Rot eingezeichnet siehst du hier die Breite des Kreisrings. Die Breite des Kreisrings kannst du ganz einfach berechnen, indem du b ist gleich den großen Radius r1 weniger den kleinen Radius r2 rechnest. Was hat es aber nun mit der Kreisringfläche auf sich? Du siehst hier aufgeteilt einmal den großen Kreis in blau und einmal den kleinen Kreis in grün. Der große Kreis mit Radius r1 hat die Flächenformel a ist gleich r1 zum Quadrat mal Pi. Der kleine Kreis mit dem Radius r2 hat die Flächenformel a ist gleich r2 zum Quadrat mal Pi. Zieht man nun die Fläche des kleinen Kreises von der Fläche des großen Kreises ab, so bleibt nunmehr die Fläche des Kreisringes übrig. Hier ist das Ganze nun als Formel dargestellt. a ist gleich r1 zum Quadrat mal Pi, also die Fläche des großen Kreises, weniger r2 zum Quadrat mal Pi, also die Fläche des kleinen Kreises. Nun fällt dir sicherlich auf, dass du hier noch etwas herausheben kannst. Und zwar ist hier bei beiden Kreisflächen das Pi enthalten. Du kannst diese Formel also noch weiter vereinfachen, a ist gleich Pi, heben wir heraus, mal, Klammer auf, r1 Quadrat, weniger r2 zum Quadrat, Klammer geschlossen. Jetzt sehen wir weiter zum Kreisringumfang. Der Kreisringumfang ist nun sehr einfach zu berechnen. Wir nehmen den Umfang des großen Kreises, hier im Blau eingezeichnet, der lautet u ist gleich 2 mal r1 mal Pi und addieren dazu den Umfang des kleinen Kreises, u ist gleich 2 mal r2 mal Pi. Wenn wir das Ganze nun als Formel anschreiben, erhalten wir u ist gleich 2 mal r1 mal Pi plus 2 mal r2 mal Pi und es fällt dir wahrscheinlich auch hier wieder auf, dass wir etwas herausheben können. In diesem Fall ist in beiden Summanden 2 Pi enthalten und wir können die Formel noch vereinfachen auf u ist gleich 2 Pi mal Klammer auf r1 plus r2. Diesen Hefteintrag zum Kreisring schreibst du bitte wieder in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und wir sehen uns in der nächsten Mathematikstunde.